Hey, wartet! Ihr habt mich vergessen! Hey, du! Ich suche nur ein kuscheliges Plätzchen. Hilfe! Im Trockenen. Warte mal kurz. Wen haben wir denn da? Wie sollen wir dich nennen? Oh, ich hab's! Fahnda! Das ist eine neue Familie. Das kitzelt. Hört mal, Kinder. Ich darf euch heute das neueste Mitglied unserer Truppe vorstellen. Er ist viel süßer als der alte Grummelhabe da. Onkel Lawrence, es wird Zeit, dass wir uns mal über dieses Haus unterhalten. Daniel will Lawrence übers Ohr hauen und das Haus heimlich verkaufen. Wir fliegen alle raus. Lassen Sie sich Zeit. Sehen Sie sich alles gut an. Mir misse den Ufhalder. Ich hab ne Idee. Dafür brauch ich auch euch beide. Wir werden's Ihnen zeigen. Nicht schlapp machen. Nicht schlapp machen. Acht. Neun. Ich werd keine Gnade walten lassen. Oh nein. Ich krieg dich, du Mistvieh. Das magische Haus. Dem nächsten Video in magischem 3D. Penny. Ich bin Prinzessin Hatschipsut. Liebliche Blume von Neil. Wenn du glaubst, wir würden dich hier lassen, bist du eher lieblich Seenil. Kapier ich nicht. Und dann folgt Helen sich die Ablastung. Malganze.